I hope you let me in, let me in, yeah Moin, willkommen zu Minecraft Soup Hashtag 6 Ich hab heute mal einen neuen Skin Den hab ich selber gemacht Ähm, mit Skindex Skindex und so Ja, ähm Ich hatte davor ja Ein Mission Skin Als, ähm Ja, Strafe Bestrafung Weil ich eine Wette verloren hab Aber Jetzt hab ich meinen eigenen Selbstgemachten Neuen Skin Also nicht mal den Skin Den ich davor hatte Bevor ich diese Strafe hatte Sondern Einen ganz neuen Skin Und ich hoffe Ich kann den öfters mal Benutzen Für eine längere Zeit Als ich den alten hatte Und ich finde den gar nicht mal so schlecht Könnt ihr euch nochmal ganz genau angucken Ähm Sieht so ähnlich aus wie Ich Nur, dass die Haare bisschen anders sind Und, äh Die Augen stimmen eigentlich auch Mit meinem echten Skin Also, wie ich wirklich aussehe Haha Jetzt hab ich's Ähm Erzählt Hihi Ja, ähm Machen wir einfach nochmal eine zweite Runde Die erste ging ja ziemlich schnell Gegen den FYB Unterstrich Leon Unterstrich Easy Zum typischer Name Aus dem Jahr 2014 Ich glaub Den könnten wir auch nehmen Ähm Ja, ähm Leute, ihr dürft mir gerne Verbesserungsvorschläge In die Kommentarbox hinterlassen Oder auch natürlich Ähm Ja Videoideen Die ich zum Beispiel machen kann Zum Beispiel wurde ja immer noch Äh Vor Wiener vorgeschlagen Das ich auch noch machen werde Ich hab ja aber genug Zeit dazu Was ich auch noch im Gedanken hab Ist Eski oder Ähm Bad Wars Und Ja Dann würde ich sagen Nehme dich auch noch kurz Okay, ähm Soll ich refilln oder Soll ich nochmal auskommen Und Na ja Geht die weg Ich weiß nicht mal Im F5 Modus zu gewinnen GG Ähm Ja Und Das wäre schon die halbe Runde Ich mach noch eine Damit es nicht so langweilig wird Und ihr noch ein bisschen was zu sehen habt An einem Freitag Let's go Ich würde Ähm Mini Predator 90 Fighten Ähm Ich tipp darauf Dass ich das schaffen werde Und hoffen wir nicht Dass es ein Ähm Nick ist Ja Den Den holen wir Ich glaub sogar Das ist ein echter Name Kann natürlich auch nicht sein Muss nicht sein Okay Dann Nehm ich dich nochmal kurz Ähm Falls ihr es euch Vielleicht schon Ähm Angeguckt habt Ich hab Ähm Meine Videos jetzt Bisschen gerendert Äh Mit dem Shotcut Und versuche damit auch Ein bisschen Die Qualität Dann nochmal rauszupeppen Ich hab wieder keinen Skin Also dass es vielleicht Vom Kontrast her auch Bisschen besser aussieht Ja Und Let's go Zur Endmoderation So das war's auch mit der Neuen Runde Subhechtig 6 Ich hoffe natürlich es hat euch mal wieder gefallen Und wenn ja dann würde ich mich natürlich wieder für einen Like freuen Und ähm Falls ihr noch Zuschauer seid und noch nicht abonniert habt Dann dürft ihr das natürlich auch gerne machen Und eine Glocke aktivieren kostet ja natürlich nichts Und ich hab gesehen 70% meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert Also Lasst doch gerne ein Abo da Und Ja Wie gesagt Schreibt ein paar Kommentare Was ich als nächstes spielen soll Falls Ähm Ihr keine Kommentare hinterlasst Werde ich wahrscheinlich vor Wiener, SG und Badwurst in der nächsten Zeit bringen Und In diesem Sinne Wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag Oder eben Abend oder Morgen Ganz egal wann ihr's anguckt Und Bis Zum nächsten Mal Das wäre dann Dienstag Ja Outro Ab